Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kürbiskartoffel-Rösti. Die Kürbiskartoffel-Rösti sind eine gute und feine Alternative zu den wohlschmeckenden Rösti. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, Agria, Krista, Granola, Laura oder Quarta. 300 Gramm entkernter Hokkaido-Kürbis mit Schale. 1 Esslöffel Stärkemehl, 2 Esslöffel Butterschmalz, frisch geriebene Muskatnuss, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, große beschichtete Pfanne oder Pfanne, Schüssel, Sieb, grobe Küchenreibe. Zubereitung Die Hälfte der Kartoffeln mit der Schale halbgar kochen. Die Kartoffeln durch ein Sieb abseihen und auskühlen lassen. Den Kürbis mit der Schale, den restlichen geschälten Kartoffeln und den gepellten, ausgekühlten Kartoffeln zusammen grob raspeln. Das Gemüse mit dem Stärkemehl und den Gewürzen gut vermengen. Die Masse etwa 10 Minuten ziehen lassen. Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und 12 kleine Rösti knusprig ausbraten. Als Beilagen eignen sich Salate, Apfelmus Besonders lecker als Beilage zu Kurz gebratenem Wild Diese Varianten gibt es Zusätzlich fein gewiegte glatte Petersilie unter die Masse rühren Kürbiskartoffelpuffer Rösti Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!